so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es polnische ware und zwar die kopernikus von jorge die hat schon ein paar buckelaufen jahre die hat schon ein paar buckelaufen jahre die hat schon ein paar buckelaufen jahre das war's hier aber wirklich komplett ist schon ein bisschen älter auf dem markt die hat 217 gramm und das ist eine echt schöne ich kann das kaum beschreiben das sind so die hat so kleine feuertöpfe und oben zerlegt die und schüttet crackling sterne aus die ultra weit fliegen und dann erst aufgehen das sieht richtig edel aus fast schon wie popping flowers effekt und naja ich zeige euch die jetzt mal gönnt euch viel spaß mit der copernikus von jorge ich bin sehr gespannt das ist brutales großes crackling let's go wie schön Danke Mama, ja du standst immer hinter mir Mich hält der Sportwagen warm, wenn ich im Winter frier Lasst mich bitte nochmal Kind sein Sollte es einer wagen, die Familie anzugreifen Laub ich blind rein Meine Liebe ist nicht in Worte zu fassen Pass auf mich auf Mama, brauchst dir keine Sorgen zu machen Was bis jetzt nicht geklappt hat, werde ich morgen erreichen